Die Realität Manche lieben die Realität Manche sind krass und führen ein Gangleben Und ihre ganze Stadt muss sich fremchen Ey, als der Brennpunkt Berlin Represented echt viel Da gibt's Crack, Kokain, Pep, Weed, Mascadine Gangster, Rap und dein Team Koma, Jack, MCD Dazu Jasper, JC, doch kein Sozialarbeiter Ey, was seid ihr denn für nicht resozialisierbarer Tracksaufel Euch zu besiegen heißt, wir schalten RTL aus Ganz einfach Koma, Jack ist eh ein Idiot Aufgequollen wie ein Hefeklost Der spritzt die Steroide Und vergisst dann zu trainieren Alter, ist doch so Der springt da wie so ein King Kong rum Ihm steht das King zwar nicht besser Aber der Haarschnitt von Kim Jong-Un Tut mir leid, Mann Der macht auch Fight Club Und hat so viel Mütter gefickt, dass er verpeilt hat Dass seine eigene dabei war Und zwar zweimal JC, was geht ab? Stell dich nochmal neben Jasper Weil ich grad Bock hab auf Berlin Tag und Nacht Du bringst auf Englisch einen Part Represented USA Ich sitz gelangweilt da und frag Seit wann ist Rap-Teil eigentlich schwarz? Geh mal Punche schreiben Was bist du für'n Clarence? Du kannst Double-Time Schön, ich kann was sagen, wenn ich spreche Wir haben nur noch ein Problem Wir erklären wir dummen Menschen, dass sie dumm sind Wenn sie zu dumm sind, zu verstehen Ey, Jungs, Flash, was geht? Manche leben die Realität Manche aber nicht zum heißen Brennpunkt Ihr im Finale, größte Verschwendung Ey, Jungs, Flash, was geht? Manche leben die Realität Manche sind krass und führen ein Gangleben Und ihre ganze Stadt muss sich brechen Den Rap von JC61 stell ich jede Runde leise Denn das hört sich dank der Frauenstürmer an wie rumgekifelt Der Cheddar-Bob-Pistole Aber da darf man sich nicht wundern, denn da wird die Stimme hören Zieht der Knarrenlauf nach unten Dein Zigtausendster aufbrausendster versucht zu flexen Geht halt immer unter, weil du's nicht schaffst, Punches zu setzen, Mann Wirft ihm vor, ein echter Army-Rap, kein Deutsch Und dann rappt er erstmal Englisch, was ein peinliches Toy Und Jasper, du Kasper Hartz 4-Hustler Hauptsache Zassler Der Staat ist belastbar Ein richtiger Berliner Rap-Pesented seinen Standort, aber letztens hörte ich Der kleine Jasper kommt aus Hamburg Ich glaub dem keins der harten Worte Die er postet, guck die Quali Der scheißt sich doch schon ein, bevor es losgeht Ja, ja Waffenüberfälle Das war alles nur gespielt Ergebt doch einfach zu Ihr habt euch alle dabei cool gefühlt Und was macht auch Vato Fährt ein 50er, Mofa, Sekla Paloma Alles aufgesetzt und künstliches Koma Ey, was ist der Typ besoffen an Karneval und den Köln? Koma-Gag Yeah Yeah L-O-Splash, was geht? Yeah, yeah Manche leben die Realität Yeah, yeah Manche aber nicht und heißen Brennpunkt IM-Finale, größte Verschwendung Yeah L-O-Splash, was geht? Yeah, yeah Manche leben die Realität Yeah, yeah Manche sind krass und führen ein Gangleben Und ihre ganze Stadt muss sich nennen MCT hat entweder ein Krebsgespür am Stimmband Oder ist tatsächlich der echte Synchronsprecher für Elvin von den Chipmunks Jetzt lüfte ich dein Geheimnis Alle Welt kennt dich durch Fehler Du bist Conchita, Wurz, geheime Rap-Identität Fuck, wie fühlt man sich mit naturellem Helium-Pitch? Und wie konterst du das, wenn der Content noch Bestätigung senkt? Ja, und Jasper hat für mich nix im Finale zu suchen Sowas wie der hat sich Arbeit zu suchen Yeah Ey, bei allen anderen Gegnern war die Suche nach den Schwachstellen ziemlich lange Doch bei euch ist mehr so einfach alles Der Jasper ist ein Hänger, ey, der wär ohne die Drogen gar nicht hier Der dreht doch schon die nächste Staffel, Schore, Stein, Papier Ey, ihr wollt heftig einen rappen, aber könnt nix Dass man ihr nix geschenkt kriegt? Habt ihr gemerkt und darum fickt ihr endlich? Kommt mit nach draußen, wir laden euch ein Wir sagen Straßenrap, ja, aber Brennpunkt Nein Ihr seid zwar hirnlose Affen, aber in Wirklichkeit alle die liebsten Menschen Ja, vor allem Koma-Jack Wer hat n Messer, so als tödliche Waffe? Läuft in den Drehpausen zum Bäcker und spielt damit erstmal Brötchen für alle? Brennpunkt Berlin, jetzt oder nie? Wer kann euch noch ernst nehmen? Ihr seid Comedy-Raps reinste Formen Ihr nehmt euch bitte die Peinlichkeit ab, ich mach es für Jay-Z und schreibe kein Punch Hauptsache Double-Ten rappen wir in einem Finale, auch wenn man dabei gar nix sagt Eddie und Splash, was geht? Manche leben die Realität Manche aber nicht und heißen Brennpunkt, ihr im Finale, größte Verschwendung Eddie und Splash, was geht? Manche leben die Realität Manche sind krass und führen ein Gangleben und ihre ganze Stadt muss sich fremd stehen Manche sind krass und Bis zum nächsten Mal.